Danke, Herr Schneeäule. Ich habe es gesehen. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the stationmaster saw the train or not. Okay. Telegram aus Chesterfield. Back... Banghoff. Was ist das denn? Chesterfield zu... Drei... Abendkunfts... Gesundheit? Komisch. Brittlington-Vorsteher. Der Bahnhofsvorsteher von Brittlington ist relativ jung. Er versucht, seine Uniform sauber zu halten und seine Arbeit perfekt zu erledigen. Frische Tüntenspuren an den Fingern seiner rechten Hand und der Vorschriftenkatalog, den er bei sich hat, deuten darauf hin, dass er sehr eifrig ist und alles richtig machen will. Jetzt musste ich rülpsen. Jetzt ist Jan das nicht mehr da. Schade. Es hat den Anschein, dass er gerade erst die Ausbildung abgeschlossen hat und dies seine erste Arbeitsstelle ist. Der Bericht des Bahnhofsvorstehers von Chesterfield über den verschwundenen Zug strotzt nur so von Fehlern und ist kaum zu verstehen. Es ist nicht klar, ob er bestätigt, dass der Zug dem Bahnhof passiert hat oder nicht. Okay, dann werden wir mal nach Chesterfield fahren. Das ist übrigens eine Zigarettenmarke, by the way. Wir müssen mal gucken. Da können wir nichts herleiten. Ich finde das mit dem Sonderwagen halt aber auch nur so komisch, ne? Notizbuch öffnen. Aber hier haben wir halt auch nichts so wirklich, ne? Also Wassertransportierte wussten wir ja, ne? Mehr oder weniger. Ist aber auch ein süßes kleines Städtchen hier, ne? Moin. Ich soll einen Abfalleimer unternehmen? Ja. Wir hatten eine leere Flasche gefunden. Ein Fischungsadvertisement. Ein Anglerwerbeplakat. Okay. Hallo? Wir können hier einfach durchgehen. Okay, wir können. Okay. Okay. Wir können. Morse-Code-Alphabet. Ich habe gedacht, dass alle Station-Masters die Morse-Code wussten, aber wahrscheinlich nicht. Was? Einen Telegrafen. Einen Telegrafen hat er auch da. Dass der so ruhig bleibt, ne? Huh? Okay. Was? Wie ist er das? Wie ist das? Ich kann das so aufsitzen? Wache. Wie ist das? Wache. und wir würden dir ein paar Fragen stellen. Und Angelschnur. Okay. Na gut, der wird wahrscheinlich zum Angel-Wettbewerb fahren, oder? Das Telegramm, jedes time ein Train arrives und departs... Alles gut, Herzchen. Alles gut. Mach's jetzt, ne? Ist okay. Alles zick. Alles gut. Es war late. Und ich war tired. Aber ich habe meine Arbeit gemacht. So, was? Es gibt keine Probleme zu sein? Du war nicht tired, du war inebriert. Tell mir jetzt die Wahrheit, oder ich werde nicht behaupten, zu dokumentieren in meinem Report. Mein Freund, das heißt, dass du endest von deinem Position zu sein. All right. So, ich war krank. Ich erinnere mich nicht, alles von gestern, um ehrlich zu dir zu sein. Bitte geh nicht auf mich. Holmes, dieser Mann hat eine considere Menge Alkohol konsumiert. Er ist noch nicht komplett hilfreich, aber... Es wird nicht lange, bevor er sein wird. Obviamente, seine Testimone kann nicht vertraut werden. Ja, das erklärt so einiges, ne? Chesterfield-Vorstell und... Chesterfield-Vorstell und... So, passierte Chesterfield... Der Zug hat im Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofsvorstellers unlädterlich ist und Fragen aufwirft. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also, das kann... Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich lass das nochmal. Äh... Versuchen Sie sorgfältig den Bahnhof von Chesterfield. Ja, das werde ich jetzt erstmal tun. Das hatten wir schon. Bahnhofsvorstell von Chesterfield ist Alkoholiker. Gestern war er stark betrunken. Und genau deswegen kann man halt nicht sagen, ob der da durchgefahren ist oder nicht. So... Weiß man's bei ihm? Der muss gestern ordentlich... Also, steht hier, ne? Er war stark betrunken. Weiß ich denn... Vielleicht hat er sich das auch nur eingebildet. Oder er hat's verpennt und hat dann, weil er Angst gekriegt hat, ähm... Dass er eine auf den Deckel bekommt. Einfach gesagt, jo, der war hier. Warnhofsvorstell von Chesterfield ist Alkoholiker. Die Farbe seiner Gesichtshaut und vor allem seiner Nase beweisen das ohne Zweifel. Trotzdem... Mir fehlen hier ein paar. Äh... Trotzdem sieht es so aus, als ob sich seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist faul, abgelenkt und ganz offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Und genau da ist der Knackpunkt. Kann ja jetzt nicht sagen, ist der da durchgefahren, oder doch, oder nicht, oder was. Einzige, wo wir mal gucken könnten, ist auf dem Bahnsteig. Sind sie heute Abend da oder am Tour? Ich bin heute Abend da. Wieso? Äh... Wo komm ich denn jetzt zum Bahnsteig da? Oder? Morgen ist ja wieder Arbeiten angesagt, deswegen bin ich... wohl da. So ein bisschen arbeiten. Wirst du heute Abend streamen, oder was? Also hier ist nichts ungewöhnlich. Hier stehen nur ein paar Koffer. Hier steht ein Fahrrad. Was soll ich jetzt nochmal genau machen? Ich hab's vergessen. Hier raus, was der Sonderwagen ist, was schon noch zu groß transportiert wird. Und wir suchen uns auch fällig den Bahnhof. Also nicht die Bahnschienen, sondern den Bahnhof. Was denn? Abgeschnitten. Abgeschnitten. Oh. Okay. Riecht das jetzt? Ach, die... Äh... Warte. Keine Ahnung, warum das jetzt richtig war, aber gut. Was denn? Nicht? Oh, ein Kratzer. Ja. Nein, die Katze verrät dich immer, mein Schatz. Der Buschel kann sich leider nicht mehr anschleichen. Weil die Katze nicht schüttelt. Aber sonst ist hier nichts, ne? Nö. Es ist irgendwie, wenn du fragst, ne, ob ich da bin oder on tour wegen Arbeit, dann ist ja wohl klar, oder? Ja. Eine Handcar-Wheelbase. Interessant. Es scheint, dass Elemente der gleiche Konstruktion waren überall überall. Watson, bitte sagst du mir, ob du in die Magie glaubst? Natürlich nicht, Holmes. Dann, du bist der Meinung, dass ein Train kann nicht einfach disappear? Wir beide wissen, dass das ist. Warum hast du solche Fragen? Ähm. Teile einer Dresine. Bebe. Danke schön. Scheint mit unserem Rätsel zusammen zu hängen, bauen wir die Dresine wieder zusammen, um zu sehen, ob sie für einen Zug halten könnte. Also, entweder ist der Zug da nie angekommen und der wurde vorher schon umgeleitet. Oder er ist da gestoppt worden und die haben die Dresine auf die Gleise geschmissen. Müssen wir auf jeden Fall zusammenfügen. Beim Bahnhof von Chesterfield haben wir eine Reihe von kürzlich benutzten Werkzeugen gefunden. Allerdings gibt es keinerlei Anzeichen von Aktivität an dem Bahnhof. Das müssen wir halt auch noch erfragen, ne? Na gut, wen will ich denn hier mit den Werkzeugen jetzt fragen? Den besoffenen Bahn-Dingsbums? Wir machen jetzt erstmal ein Experiment. Moment. Ja. Ja. Holzrumpf. Radachse. Kann ich das irgendwie drehen oder so? Aha. Da. Da ist die Radachse. Äh, ja. Kleines Zahnrad. Ja, ja. Da ist der Hand, aber das ist noch ein Handhebelanschluss. Äh, ja, warte mal. Wir drehen das Ding mal. So. Machen wir noch was. Hier. Das ist echt zusammensitzen, ne? Bremse. Äh, ja. Warte, wir müssen noch mal drehen. Bremsgelenk. Irgendwas fehlt. Holzrumpf. Und was fehlt da noch? Holzbrett. Äh. Äh. Ja. Und was fehlt da noch? Jetzt vielleicht richtig hindrehen. Warte, da war's. So. Äh. Äh. So. Now here we have the fake train, that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Whistle. Okay, wir brauchen noch eine Lampe und ein Whistle. Right or right. Aber wo? Gegenstände benötigt. We need to attach a headlight and a steam whistle. Okay. Scheinwerfer, haben wir den hier drin zufällig? Hier liegen überall Glas, also hier liegen überall Weinflaschen. Scheinwerfer mit Dynamo. Und eine Dampfpfeife. Ah. Es ist praktisch, dass das alles da ist. Eine Eisenbahn-Dampfpfeife. Nice. Okay, wir können jetzt pfeifen. Achso, okay, wir brauchen noch was langes. Er hat gesagt, wir brauchen was langes. Okay, das heißt... Guck mal, langer Stab. Dann nehmen wir den noch mit. Ein nützlicher langer Stab. Öh. Bin ich raus. Ich auch. So. Ein Feuerlöscher. Jetzt geht's aber los. Richtig MacGyver. Haben wir hier einen Feuerlöscher drin? Ja. Na klar. Es ist... Halt alles da, ne? Also ich... Wo... Wasser... Der Feuerlöscher. Jetzt, lass uns sehen, was wir hier haben. Schleifft. Erstens, lass uns die Pressure in der Außenpfechild. Wir müssen das Druck aufbauen. The steam whistle is ready to be used. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Okay, also, wir haben eine Zugertrappe. Teile einer Dreisine. Verschwand früher. Der Zug kam nie in Yvesham an. Verschwand bereits vorher. In Yvesham selbst hat jemand eine Zugertrappe eingesetzt, die aus einer Dreisine und Zugersatzteilen im Bahnhof in Chesterfield bestand. So sieht's aus. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er hier angekommen ist, also ob sie ihn hier haben verschwinden lassen. Was ist jetzt tatsächlich... Finden wir aus... Ne, 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 ne. Okay, wir müssen ins Archiv, ne. Eine gewöhnliche Streckenkarte der Eisenbahnlinie dieser Region vom Bahnhof Yvesham. Okay. Wir werden jetzt nochmal... Wo ist denn unser Archive? Ist das hier? Bist ja hier sein, das Archive, ne. Hier. Hat ja gesagt, der Kutscher. Nach der Karte suchen. Was? Vielleicht nicht zugehört. Ach, scheiße. Bis zum nächsten Mal.